Hi, ich bin's wieder. Diesmal richtet sich der Workshop an die Anfänger. Und zwar wird die B-Stram, der rechte Fuß, nicht das Doppelpedal, der rechte Fuß, wird jetzt geübt, wird jetzt gefühlt. Und ich zeige euch ein paar einfache, schöne, effektive Sachen, die ihr mit dem rechten Fuß machen könnt, damit einfach eure B-Stram Arbeit beim Fahrzeug spielen besser wird. Ich fange gleich mal an. Noch eine sehr schöne Sache, die B-Stram zu schulen und man bezieht die Hände ein, ist, ihr spielt eine ganz, ganz einfache Figur mit den Händen. Zum Beispiel so. Und spiel die dann mit der B-Stram einfach nach. Und nochmal. Und so weiter, und so weiter. Ihr könnt euch das nochmal machen. Und nochmal. Und so weiter, wir können wieder Zahlen spielen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 so das war ja schon eine ganze menge guckt euch das in ruhe an probiert verschiedenes aus so und wenn ihr mehr möchtet mehr wollt und mehr könnt dann schaut euch bitte den clip an für die fortgeschrittenen ich denke mal wir sehen uns tschüssi